Hallo und willkommen zu Streit Insight. Hier bei Bosch Siemens Hausgeräte in Bad Neustadt wird in den nächsten zehn Wochen die Warenannahme umgebaut und wir von Streitwerke sind beauftragt für die Planung, für die Projektsteuerung und ein Stück weit auch für die Umsetzung. Los ging es mit der Planung und hier haben wir im ersten Step mal die Flächen bewertet, wie hier farblich zu sehen, um dann in verschiedenen Varianten mal aufzuzeigen, wie eine Verbesserung der Arbeitsumgebung, eine Optimierung der Arbeitsabläufe und auch eine Stärkung der Sozialstruktur ausschauen könnte. Und in Workshops mit den Abteilungsleitern haben wir im engen Austausch natürlich unter den Hygienevorschriften dann eine finale Version zusammen erstellt und die schaut so aus. Und hier konnten wir alle Wünsche und Anforderungen mit einbringen. Dadurch, dass wir jetzt am direkten Zugang zum Werk sind, konnten wir die Verkehrsflächen von dem Staplerverkehr fernhalten. Wir haben die Warenannahme zusammengelegt und Qualitätsmanagement und Baucoupé sind räumlich voneinander getrennt, aber aufgrund der kurzen Wege immer noch im engen Austausch. Und für die Sozialstruktur konnten wir einen Sozialraum schaffen für Besprechungen, Mittagspausen und gemeinsame Aktivitäten. Hier noch der Rang durch die Werkplanung und wie das final ausschaut, wie es weitergeht bei der BSA, das seht ihr hier. Daher schaltet ein, wenn es wieder heißt Streit Inside.